Hallo, mein Name ist René Beisterner. Ich begrüße euch herzlichst bei der 6. Wiedermahnwache. Meine Meinungsfreiheit gilt, somit kann jeder sagen, was er denkt. Jedoch ergreifen wir weder Partei, noch können wir dafür haftbar gemacht werden. Die in Anschluss stattfindenden Reden sind von denjenigen Personen erstellt und vorgetragen worden, ohne Einfluss unsererseits oder einer unserer Organisationen. Ein letztes Statement von mir. Leute, die mit Rassenhass, Aufhetzung oder irgendwelchen rechtsextremen Ansichten kommen, sollen es gleich lassen. Denn solche Ideologien brauchen wir hier nicht. Danke. Alle anderen können sich an die Verwalter der Rednerliste, Rena und Michael, wenden. Danke. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.